Naturgesetz, diese Naturgesetze gelten immer und diese Naturgesetze, ein ganz, ganz wichtiges Naturgesetz ist das Gesetz des Wachstums. Und liebe Freunde, das Gesetz des Wachstums sagt, wenn etwas aufhört zu wachsen, stirbt es. Und deswegen, meine lieben Freunde, habe ich einen Appell für den heutigen Tag und wenn ihr den mitnehmt, dann habt ihr ganz viel erreicht. Sorgt dafür, dass es Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat Wachstum gibt. Wachstum bei Kunden, Wachstum bei Mitarbeitern, weil wenn es kein Wachstum gibt, dann wird es sterben.